hallo und herzlich willkommen zur folge auf meinem Kanal hier seht ihr euer Noflame da ist unser kleines Kühlmann da bei uns da heißt es ein Fackel einen leichten Fehler gerade eben bei meinem Aufnahmeprogramm ähm falls es nicht drauf ist, zeige ich nochmal ganz kurz was passiert ist und zwar ich habe mein Kühlmann da auf dem Wunsch eines aber den umgenannt zu Fackel, die von da oben ist auch habe mir ein Tentacher gefangen ähm ja ähm hab kurz mal ja noch gesagt was bisher passiert ist schon alles mit dem Projekt ja ja also es ist bisher noch nicht so viel passiert aber ich hoffe dass mein Aufnahmeprogramm geschmiert ist das tut mir natürlich sehr leid dass es geschmiert ist ich hoffe ich habe die Aufnahmeprogramm das wäre sonst schon echt schade ich bin irgendwie da ist ja auch noch nicht so gut also nicht so schnell in meinen Flugburgern zu holen aber das ist ja auch ein Berufszuschlussbuch, dann versuchen wir auch noch das Buch, sorry. Ich wollte eigentlich mehr kein Team jetzt am Anfang noch gar nicht voll haben. So wie es aussieht, ist es halt schon so. Dann schreibe ich mir einfach irgendwelche Namensvorschläge oder einfach rein, was für Pokémon ihr gerne habt, das ich nicht im Team habe. Plus, ich darf natürlich auch nicht fehlen, wenn ich schon mal sehe, was ich für den Anfang war, sozusagen. Also, wie gesagt, schreibe ich mir einfach irgendwelche Namen, irgendwelche Ideen für Pokémon, die ihr gerne im Team hättet oder so. Ich gucke es dann zurück, wenn ich versuche es dann durch zu kommunizieren, damit es so wirklich klappt. Ja, wir werden uns auch schon beantworten machen müssen, die ersten Pokéballs zu finden, beziehungsweise eine Farming-Tour zu machen. Und, ich habe schon wieder gelesen, in der Geistestellen, dann mache ich es ganz kurz. Das wird alles rausgeschnitten gerade. Also, ich stelle einen Teimer? Ja. So. Damit es nicht allzu lange wird, den Tag soll mir ganz lange nicht wahr werden. Ich habe schon direkt, die haben nicht geprägt, aber gekämpft. Also, wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Geilen-Dideen habt, wenn ihr irgendwelche Geilen-Dideen habt, dann ist das so ein richtig mieses Pokémon eigentlich. Also, dass sich gerne mal schnell heilt. Das sieht ja dann noch leicht auf. Also, ja, ich bin ganz mal gesehen, dass sich dann geheilt. Ich bin froh, dass ich da direkt mitbrenne. Das ist, was wir mitbrennen. Also, wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Geilen-Dideen habt, schreibt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin auf euch angewiesen. Ich möchte das Projekt hier nicht alleine gestalten, sondern mit euch zusammen. Bedeutung,趕 Idit, Sselfeneten, 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 Sselfeneten. So, ja, schon, da ist es gar nicht gefallen. Wo auch noch die Geiligung zu sehen. Weitere Anstalten, die liegen. Schauen, die liegen abgestalten. Ähm, ja, ok. die die nicht so schnell es ist es ist nicht wichtig es ist einfach echt gerne mal eine Wassertage hierbei wenn ich mich doch hierbei ein Flugpokémon mit dem man auf dem ich dann auch fliegen kann ein Wasserpokémon auf dem ich schwimmen kann und eigentlich noch ein Haltpokémon dann heilen wir so wie es kann ich hier nochmal ups ich dachte der war da schon ich kann mal ganz kurz da was zu gering ja ja das sieht komisch aus so dann heilen wir dann geht es direkt weiter guck mal was wir das ist dann guck mal was wir jetzt hier zu viel Bären haben es ist halt nicht so viel Bären es ist erkannt es ist eigentlich etwas zu hoch so also hier kommt wohl ja nicht rum weil hier Pflanzenpokémon ist irgendwas wie soll ich jetzt fragen es kann ja auch gut sein das ist gut Gute Ich sag mal das Kann ja auch Aber sonst Gut ist Dass wir Ähm Viele Euro Ich weiß Wie man das jetzt Probieren soll Ich weiß nicht mehr was ich hinaus wollte Kein einziges Equip Nichts Wir haben jetzt eigentlich Entweder wir müssen Pokémon bis 7 Ähm Oder halt Oder wir müssen halt Weinen gehen Also weil Auf jeden Fall auch so Meine Lade ist So Mir fällt gerade auch schon wieder mal auf Ich bin wieder schlafen gegangen Dabei wollte ich doch eigentlich gar nicht schlafen gehen Dann Wollt ihr eigentlich Ähm Mal gucken Geistern Oder so Bisschen noch mal auf Aus und eben Ganz ganz sicher Bisschen 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 Jetzt ja 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 Ich weiß geradeaus nach oben zu machen, aber es ist eigentlich keine gute Idee. Oh, ich schau mal nicht los. Ich werde das hier dann noch nach oben bauen. Kurs Stein holen. Und dann, wie heißt es auch wieder schon, ab nach oben. Das ist unser erstes Erz schon. Das ist ja perfekt. Da können nämlich alles, ganze Pokémon sein, davon auszuhören sozusagen. Ja, aber kein Ziel. Wir haben noch Platz dafür, dass wir das heißen. Dann sind wir schon hier oben. Ja, der ist eigentlich schon anders im Eck. Dann werden wir gerade hier noch schnell wieder dunkel. Ähm, noch schnell in eine Spitze gekraten. Ich habe jetzt übrigens mein neues Mikrofon, wenn man es hören sollte. Ähm. So, das wird jetzt schon wieder zusammengefahren. So, dann wird schon die Post gerichtet. So, das ist schon da. Ähm, das Feld wird noch eingelegt werden. Ich habe das, glaube ich, sogar richtig gesagt. Ja, also ich würde es auf jeden Fall noch anlegen. Ähm. Dann. Ciao. Bis zur nächsten Folge, der Pixelmann. Ähm. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, lass einfach mal einen Daumen nach oben da. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.